und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen video jump world und zwar heute ist das jumpman des tages mario classic von its unterstrich smiley pvp man merkt vielleicht jetzt gerade so ein paar sachen und zwar zum einen einmal ist ein shader drin und zum anderen ich weiß nicht ich habe es mir persönlich noch nicht angesehen vielleicht ist es auch eine andere bildqualität einfach aus dem rutsch daher ich momentan mit einem anderen programm aufnehmen beziehungsweise auch mit einem komplett neuen computer von daher geschuldigt wenn irgendwas nicht stimmen sollte an der auflösung oder sonst was ja zu den shader kann man jetzt dazu sagen wollte dass man halt eben weiterhin mit shadern spielen tun oder wollte das nicht ja so das könnte man die kommentare schreiben ja ansonsten das jumpman ist ja eigentlich ganz gut gemacht ihr könnt ja auch mal in die kommentare schreiben findet ihr jetzt dieses aufnahmeprogramm besser oder war das vorige besser falls man halt eben da ein unterschied merken sollte falls man überhaupt einen unterschied merken sollte falls man überhaupt einen unterschied merken sollte falls man überhaupt einen unterschied merken sollte das ist so die andere frage so da haben wir unseren joshi da unten stande noch was so so und jetzt geht es mal hier drauf spring auf joshis eye ja so als das ganze jumpman erinnert mich ja ein bisschen an alte nintendo zeiten ja naja gut so zack zack also ich weiß jetzt nicht wie viel man nach der bearbeitung hier noch sieht in diesem ding aber man sollte es noch ganz gut erkennen ach jetzt sind wir weit zurückgeportet worden hier so aber die idee hiervon ist eigentlich sehr gut also da kann man wirklich nichts dagegen sagen so und zack ja gut bei dem texturenpack sind jetzt die leute ein bisschen verbuggt naja gut da müssen wir noch mal sehen dass wir ein anderes texturenpack rein bekommen oder dass ich wieder mein anderes rein bekommen was ich vorher hatte aber in allen sollte eigentlich alles relativ flüssig laufen hier und von der kreativität war sehr gut von den sprüngen war es auch sehr gut und von der optik auch also das müssen wir einfach mal so sagen ja ansonsten dann bis zum nächsten mal und tschüss